Handwerk, Design, modernste Technik und ein hochwertiges Material. Das sind Gründe, warum ich mich von der Schienalli renntiere. Jetzt bin ich Meister und leite zusammen mit meinem Vater in unserem Familienbetrieb. Es ist natürlich spannend, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Projekte zu empfinden. Da ist die Zulassung wichtig wie hohe Entwicklungskompetenz, eine räumliche Vorstellungskraft und Kreativität. In der Werkstatt ist die Handarbeit gefragt, aber auch Arbeit mit modernen Hightechanlagen und Planungstools. Ein schönes Gefühl, wie man die Projekte übergeben kann und alle zufrieden sind.